Hallo liebe Freunde und herzlich willkommen zurück zu Arcania Gothic 4. Ja, oh, kurz zur Leckzeit. Ihr seht mich hier, ich tu mal wieder meinen Klopper hier weg, vor einer goblinverseuchten Höhle, wo wir eine goldene Fallspinzip kriegen sollen. Komm, machen wir uns mal, Jojo. Ja, können wir es nicht gemerkt haben. Jojo sitzt neben mir. Woher solltet ihr es noch merken? Ich seh da hinten schon einen. Soll ich mich mal anschleichen? Das ist stealth mäßig, so ein bisschen. Schießen werde ich aber nicht auf den. Ich bin nicht so der Schamkämpfer. Ach so, total. Ja, hab ich gesehen. Klick, klick. Krieg ich denn so? Das war wohl nichts, ne? Oh, oh. Oh, oh. Will mich wohl. Wow, das hab ich in eine Pfanne gehauen, ne? Klang doch so, ne? Das hätte ich verstanden, oder? Äh, Leichenfresser stammt, müsste er sein. Ey, guck mal, der wackelt noch im Kopf, ey. Die süßen Tierchen mit dem Wackelkopf. Süße, aber Wackelkopf hat er. Ey, nur gut, ne? Ey, nur gut, ne? Ey, nur gut, ne? Ey, nur gut, ne? Die schwarze. Ey, der lebt noch. Es lebt. Hilfe. Ich guck mir was ich an. Ich will euch nicht. Ich mag euch nicht. Weg. Marm in die Pfanne. Ausweichen. Boah, ausdrücklich. Boah, ausdrücklich. Scheiße. Hab dich schon wieder erwischt, ne? Ich will nicht sterben, ich bin schon ein paar Lächern. So, ich spiel. Du hast tot, ne? Oder? Ist sie tot? Sag doch mal was. Sag doch mal was. In your face. In your face. Bitch. Nein. Was ist tot? Alle tot, oder? Und wieder wegfliegt, ne? Doppeln-Kolle nämlich mit, ich nehme mal alles mit. Und Erfahrungspunkte gibt's wieder. Könnt ich bei dir ein bisschen was leveln, ne? Ich gehör'n Apfel, ne? Ich... Ich... Nein, ich erstmal kein Apfel. Langsam regeneriert sich das ja von selbst. Für Notfälle habe ich ja immer noch meine, ähm, Attacke, die ich mit euch gekauft hab. So ein Special Move. So ein witzigen Special Move. Ich bin, äh, ich weiß nicht, na. Ausländisch. Das ist witzig. Das kann ich nur sagen. Hebe mir für eine ganz besondere Lagerfeuer. Komm, soll das Lagerfeuer-Lead sing. Komm, benutzen. Ich bin, sie ist nicht genutzt. Komm, hier. Ich bin, sie ist nicht genutzt. Wehe, 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 wehe. Äh, okay, ich hoffe, dann mit. Ich muss über sowas mal lachen. Schwarzer Wolf, na, warum ist er das so ein schwarzer Wolf zu uns einen Tisch? Guck mal, es liegt ja auch zum Strohsack. Boah, ich habe ein genauer Wischung mal wieder hier guckt. Dann häng ich mir an und fand, ey. Boah. Na, was hat der? Schwarzwolf. Oh, Fangzahn eines Schwarzwolfes. Vielleicht nicht drauf gekommen, natürlich. Warte. Wo? Karte. Von wo komme ich her und wo muss ich hin, muss ich jetzt wissen. Ihr Sohn etwa muss ich hin, ne? Ja, also in die andere Richtung. Meine Orientierung, ich mach wieder den. Ich geh mal hier rum, ne? Die andere Richtung könnte ich ja auch nehmen, aber ich geh mal hier rum. Ich muss mich entscheiden. Ich hab keine Ahnung, wo ich lang muss, deswegen geh ich mal recht rum. So. So still hier. Was sind diese Geräusche? Ja, gesagt, jetzt Tränen wuselig. Oh, hier noch ein Lagerfeuer. Bestimmt auch noch mehr Goblins. Ich bin hier raus. Ganz ehrlich, ich bin hier raus. Wir höhlen auf die Kante. Ok, Fleischwahrzeuge, die muss ich nicht umbringen. Ja. Mollred. Oha, wie ich den geschlagen hab, ne? Flächenschaden hier. Oha, wie ich den geschlagen hab, ne? schlag uns beide mit einem doppel kill doppel kill mit dem fleisch das kann ich verkaufen ich habe mich nämlich irgendwie immer mit äpfeln das geht um das zu theoretisch kann ich das auch zu essen verwandeln aber hier sind noch nicht weh schlack sind leben habe ich etwas noch genug glaube ich immer umbringen dann kriege ich auf dauer gesehen so eine ganze menge an sachen ist so sagen in letzter zeit haben wir doch heute um so ein Kanal für Sonnabend herausgefordert ok das hat sich das in Schächer ledig wenn das im Video erscheint ich will das was da habe ich das gekriegt als in dem Fall Spitze gekriegt nicht muss der andere ich kann sagen dass du bist auch die mini im kraften hier am kreis alles mitgenommen wir wenn ich dann doch in die falsche Richtung gegangen bin dann bin ich angepinkelt so ein bisschen schlecht totemorchen und das ist gesagt oder was du noch so was er in maria schatten schatten heute das ist eine pflanze mit als ein blauen ich habe es gesagt dass sie mich ist drogen das spiel Ok, hier bin ich nochmal langgelaufen Fail Ja, jetzt bin ich mal rechts ab Ja, jetzt hätte ich auch an dem Pfeil erkennen können Fail Ist klar, ach du Schande Wette ist ein ganz schön vieler von den Viechern, ne? Karte gucken Ob die mir helfen kann Nee, der war's Muss rechts rum, ne? Muss rechts rum, ne? Wir waren schon überall So, dann schleich ich das nochmal weiter Dann weiß ich, ob ich noch so ein kleiner Na, das wollte ich doch gerade gesetzt Das ist falsch Ähm, das ist so ein Wegpunkt von mir gesetzt So, das hat's ja gerade reingerechnet Augenblick Habe ich auch richtig gesehen? Oh Kleiner Fail Hast du was gehört? Ach so, Karte Was macht den jetzt? Was? Das ist kein Troujo Das war mal so ne Art keine Trisch Ähm, ja Ich glaube, die Trouren, die erkennt man auch nur, wenn man das so beide gespielt hat Die sind so ziemlich alles so ein bisschen Hier, der Weg ist echt rein Jetzt, hier hinten ist was Soll ich mich an dem mal versuchen, vorbeizuschleichen? Oder soll ich sie metzeln? Das ist jetzt die Frage, aber wie ich das mache, das erfahrt ihr, das erfahrt ihr, das erfahrt ihr in der nächsten Folge, ob ich sie metzeln oder vorbeigehe, oder ob ich beides tue. Also, ähm, bis dahin, viel Spaß, Leute